Ich gebe zu, auf den ersten Blick sieht dieses Magazin hier absolut überhaupt nicht spannend aus. Was, wenn ich euch jetzt aber sage, dass gerade dieses Extra hier, aber vor allem auch das Magazin hintendran, ausnahmsweise mal richtig, richtig interessant sein können. Hey, liebe Brixis, und ein herzliches Willkommen hier zum LEGO Star Wars Magazin Nummer 88, für 4,99 hier erschienen mit einem wunderbaren Thai Whisper und gerade frisch rausgekommen am 24.09.2022. Und der Grund, warum ich das hier so spät vorstelle, ist ganz einfach, dass ich komplett flach lag und gerade erst seit ein paar Tagen wieder reden kann. Also ja, so schlimm war es. Und deswegen bin ich ein bisschen spät dran. Ich hoffe, ihr guckt es trotzdem mit mir und freut euch mit mir gemeinsam über sowohl diese Ausgabe als auch die Vorschau auf die nächste Ausgabe. Ich nehme an, so ein paar Spoiler habt ihr jetzt schon gesehen. Die haben ja aber wirklich was ganz Besonderes mit dabei. Und vor allem haben wir mittlerweile auch ein paar Beweisbilder für ein paar Sachen, die ich hier in diesem Video erwähnen möchte, weil ich die letztes Mal einfach nur erwähnen konnte. Und heute haben wir tatsächlich etwas mit dabei, etwas Physisches, was ich euch zeigen kann. Und ich bin sehr gespannt darauf. Die Magazine-Extras, die sahen über die letzten Jahre eigentlich immer komplett gleich aus. Wir hatten immer so ein paar, ja, Foil-Packs mit Minifiguren drin, mit verschiedensten tollen Extras, eben auch solchen kleinen Baufahrzeugen etc. Und die waren eigentlich immer komplett gleich. Und das hat sich auch nie geändert und da hat sich auch nie irgendwas bei getan, außer dass sie eben so ein bisschen die Größe verändert haben, mal so geworden sind oder vielleicht auch was zum Aufreißen waren. Aber so wirklich anders war das eben auch nicht. Und jetzt, nach Jahren, nach insgesamt sechs, sieben Jahren dieser Foil-Packs, gibt es tatsächlich die erste große Änderung. Und das ist tatsächlich eine riesige Änderung, weil Lego das tatsächlich in allen Themenbereichen machen möchte. Wir bekommen nämlich zum ersten Mal Papierbeutel. Das hier ist noch kein Papierbeutel. Sorry, wenn ich das jetzt hier so reingeworfen habe. Das hier ist immer noch der gute alte Plastikbeutel, der ja auch dem Foil-Pack seinen Namen gibt. Aber das wird sich eben in nächster Zeit komplett ändern. Und in welchem Umfang sich das ändern wird, das ist noch nicht komplett bekannt. Das werden wir erst sehen, wenn es dann eben soweit ist. Fakt ist aber, es wird sich ändern. Das heißt, Lego geht ja in eine bestimmte Richtung. Sie wollen ja auch in den Sets, also in den normalen Lego-Sets, die Plastiktüten mit Papiertüten ersetzen. Und genau das soll eben auch mit diesen Foil-Packs passieren. Sie haben ja in ein paar Interviews schon gesagt, dass sie sich freuen, dass man eben diese Papierbeutel dann eben auch komplett bedrucken kann. Auch in den Sets drin, dass man da eben kleine Bildchen drauf machen kann. Und genau das wollen sie jetzt wahrscheinlich eben hier mit auch machen. Sie wollen das komplett ausnutzen, was man eben tolles mit Papierbeuteln machen kann. Und haben jetzt schon angefangen. Und deswegen freue ich mich eben, dass wir auch heute Bilder dabei haben oder ich Bilder zeigen kann davon, das erste Magazin rauszubringen, wo tatsächlich ein Papierbeutel drin ist. Und zwar die nächste Lego Avengers Ausgabe. Die ist in anderen Ländern tatsächlich bereits erschienen. Und deswegen habe ich hier ein Magazin aus den Niederlanden, was ich von Instagram einmal zeigen kann. Und ja, da seht ihr dann vorne dran einfach den Thanos, der da drin sein wird. Allerdings in einem Papierbeutel. Und das ist mega, mega interessant. Ich habe den Instagram-Kanal auch schon angeschrieben und versuche mal da in eine Ausgabe ranzukommen, schon ein bisschen früher. In Deutschland erscheint das Ganze erst am 13.10. Das heißt, da müssen wir noch ein paar Tage warten. Ist jetzt auch nicht mehr so lange hin, aber zumindest erscheint es demnächst. Und ich freue mich riesig darauf, weil das eben die erste Ausgabe von einem Lego Magazin mit einem Papierbeutel dran ist. So, und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wann dürfen wir das Ganze bei Star Wars erwarten? Gilt das auch für kleine Raumschiffe oder gilt das wirklich erst mal nur für Minifiguren? Das Tolle ist allerdings, die nächste Ausgabe von dem Lego Star Wars Magazin hat eine ganz, ganz tolle Minifigur mit drin. Und da schauen wir jetzt mal rein. Das Magazin an sich ist ja meistens nicht wirklich was besonders Spannendes. Also natürlich als Kinder kann man da ganz, ganz viel mitmachen. Aber für mich als Erwachsenen oder Jugendlichen, da ist hier nicht so das spannendste Thema mit dabei. Wir haben zwei Poster, die kann man hier vorne sehen. Ich finde sie jetzt auch nicht besonders schön. Also gerade auch das Vader nicht. Ich weiß nicht. Vor allem selbst an das hier, das werden wir uns gleich nochmal anschauen, der alte Vaders Tie abgebildet ist. Wir haben übrigens auch noch so eine kleine Sammelkarte mit dabei. Die werde ich gleich auch nochmal einheften. Und dann eben das tolle Lego Extra. Gucken wir uns alles gleich natürlich noch an. Erstmal kurz einen Blick hier rein. Wir haben natürlich wieder einiges an Comics, wenn man das eben gerne mag. Ich bin ein großer Comic-Fan. Auch damals schon die LTBs gelesen etc. Deswegen bin ich ein großer Fan davon. Und deswegen hier der erste Part ist komplett mit Comics voll. Ich überspringe das einfach, falls ihr euch das eben selber noch kaufen wollt. Hier haben wir einmal Obi-Wan als Poster und dann das Mittelposter. Und ganz ehrlich, wie komisch sieht das bitte aus? Wo bleibt unser Vaders Tie? Seit 2009 haben wir keinen neuen bekommen. Und deswegen mussten sie einfach den hier abdrucken. Und es passt einfach nicht. Die neue Vader-Figur mit dem Tie daneben. Das ist das. Das haut einfach nicht hin. Also da muss definitiv in den nächsten Jahren mal was passieren, dass wir da eine neue Ausgabe bekommen. Oder ich muss mal ihn selber basteln. Na, irgendwie wird es schon passieren. Hier ist die andere Seite von Obi-Wan. Hier können wir noch irgendwas ausmalen etc. Hier hinten geht es dann eben mit Rätseln und Infos weiter über Erobere die Galaxis. Bitte mach das nicht wirklich oder mach das nicht zu Hause. Muss man ja irgendwie so einen Sticker hier jetzt einblenden. Er fliegt zu den Sternen. Mach das bitte auch nicht zu Hause. Und dann hier noch ganz, ganz viel. Hier haben wir die Anleitung für unseren Tie Whisper. Also das extra, was wir uns gleich eben noch anschauen. Und dann eben ein Comic mit dem Tie Whisper drin. Natürlich dann eben der großen Variante, die leider nie aus Lego erschienen ist. Aber dazu kommen wir gleich noch. Das ist eben auch nochmal so ein interessantes Thema. Und jetzt kommen wir tatsächlich zur nächsten Ausgabe. Das heißt, was wird jetzt im nächsten Magazin erscheinen? Ich habe es ja schon so ein bisschen angeteasert. Ein paar von euch werden wahrscheinlich schon den ein oder anderen Spoiler gesehen haben. Jetzt wird es aber richtig spannend. Vor allem für die, die eben noch gar nichts mitbekommen haben. Und zwar, die nächste Minifigur, die rauskommt, ist eine ganz besondere. Und zwar bekommen wir zum ersten Mal eine Prinzessin-Layer. Und nicht mal eine besonders unspannende. Das ist nämlich die gleiche wie aus der 75244 Tentiv 4. Oder auch aus der 75301, dem X-Wing. Also dem 50-Euro-X-Wing. Und ja, ich denke mal, viele von euch werden gedacht haben, das ist gutes Investitionsmaterial, eben gerade aus dem X-Wing sich so ein paar Layers hinzulegen. Weil die wirklich in letzter Zeit ein bisschen teurer geworden ist. Jetzt kommt sie hier in dem Magazin raus für wahrscheinlich 4,99. Und das hier könnte unsere erste Lego-Star-Wars-Minifigur sein, die tatsächlich in einem Papierbeutel kommt. Und ich bin super, super gespannt. Ich freue mich riesig da drauf. Wie gesagt, ich versuche an den Thanos ranzukommen. Aber das hier, das wird eben nochmal so was richtig Interessantes. Weil die letzten Jahre, wie gesagt, sind immer in Plastikbeuteln rausgekommen. Sahen immer ungefähr so aus. Und wenn jetzt der erste Papierbeutel von einer Lego-Star-Wars-Minifigur rauskommt, dann wird das der absolute Wahnsinn. Genau. Nächstes Magazin kommt am 22. Oktober. Und was ich noch besonders spannend finde, sind die beiden Poster. Und zwar beide in dem Fall. Einmal für Mandalore mit Bo-Katan und dann unten das Star-Wars-Logo. Wahrscheinlich mit irgendwie ein paar Szenen. Das kann man hier noch nicht erkennen. Aber ich glaube, das wird richtig interessant. Ich glaube, das muss ich mir auch wieder zweimal kaufen für die beiden Poster. Aber ja, das war's mit dem Magazin. Und dann kommen wir auch schon zum Extra aus diesen Magazinen, nämlich dem TIE Whisper. Und normalerweise halte ich ja immer irgendwie die große Variante des Sets daneben. Also wenn Lego schon mal eine Version davon rausgebracht hat. Und genau das ist das Problem, weil das hier haben wir tatsächlich noch nie aus Lego bekommen. Es gab tatsächlich mal eine kleine andere Variante, die ich jetzt auch gerne daneben halten möchte. Nämlich den Kylo Ren's TIE Silencer, von dem ich echt dachte, das ist genau dieses Schiff. Aber es ist ein komplett anderes. Das hier ist nämlich Episode, ich glaube, 7. Und das ist Episode 9. Oder das war 8 und das ist 9. Ich hab's vergessen. Irgendwie so in die Richtung ging das. Und deswegen sind das eben auch zwei komplett andere Raumschiffe. Sie sehen einfach nur ähnlich aus. Das hier ist ein TIE Silencer und das ist ein TIE Whisper. Und ja, ich kann sie nebeneinander halten, aber ihr seht schon, vor allem bautechnisch sind die einfach komplett unterschiedlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den neuen schöner. Also der hier hat zwar eine nette Antriebssektion hier hinten, die finde ich richtig klasse. Aber der hier, der ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Was mir aber jetzt, wo ich es eben angesprochen habe, komplett fehlt, ist die Antriebssektion hier hinten. Da geht's wirklich überhaupt nichts. Das Gute ist, man kann das relativ einfach nachrüsten. Sie haben hier hinten einfach so ein inverted TIE ran gesetzt. Also einfach so eine Unterbodenplatte. Und wenn man sich jetzt einfach einen Jumper nimmt und darunter zwei von diesen normalen kleinen Runden 1x1 Platten setzt, die man eh zuhauf zu Hause hat, dann kann man hier so einen kleinen Antrieb faken. Also ich finde, das sieht deutlich besser aus. Da kann man das Ganze nochmal zehnmal besser machen. Und ja, ich finde, das sieht einfach cooler aus. Und deswegen, das lege ich jetzt mal zur Seite. Gehört eigentlich so. Also hätten sie die beiden extra Teile noch reinlegen können, das hätte das Set für mich nochmal ein bisschen wertiger gemacht. Aber so an sich muss ich ganz ehrlich sagen, den haben sie echt gut getroffen. Natürlich, die Flügel könnten ein bisschen grau sein stattdessen und hätten dann einfach schwarze Ränder. Aber ich glaube, das war einfacher, das hier in schwarz zu bauen, als das Ganze in grau. Und dann sah es wahrscheinlich nicht so schön aus, wenn das so durch die Wüste geglitten ist. Alles an sich wirklich sehr gut getroffen. Die roten Streifen an den Seiten und dann vorne das Cockpit etc. Und man kann das Ganze natürlich bewegen, wenn man das jetzt möchte. Aber ich glaube, das möchtet ihr gar nicht. Ich bin echt erstaunt, wie gut dieses Modell war. Bei mir haben leider ein paar Teile gefehlt. Also zweimal so eine 2x2-Teile-Platte oder so. Aber dann könnt ihr euch einfach bei Blue Ocean einmal melden und dann schicken sie euch die nach. Oder schicken euch sogar ein komplett neues Extra. Habe ich auch schon gemacht. Das ist wirklich nichts Schlimmes. Und das passiert einfach ab und zu mal, wenn die da ihre tausende Magazine pro Tag verkaufen, dass da mal irgendwie was Fehlerhaftes drin ist. Ich freue mich aber über das Magazin. Und vor allem, dass wir jetzt zum ersten Mal den TIE Whisper aus Lego bekommen. Vielleicht ist es ein kleiner Hoffnungsschub, dass wir irgendwie nochmal eine große Variante davon bekommen. Weil ich finde das Schiff echt toll. Ich mag das echt gerne. Das ist ein sehr, sehr cooles Design. Aber wir haben es eben einfach bisher noch nie bekommen. Während ich hier noch kurz die LE17 der Lego Star Wars Trading Card Serie 3 einpacke, beziehungsweise einhefte, kommen wir auch schon zu einem Fazit zu dem Lego Star Wars Magazin Nummer 88. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aus zwei Gründen erstaunt. Zum einen haben wir natürlich ein tolles Extra, was wir so bisher noch nie gehabt haben. Also beziehungsweise auch noch nicht als normales Lego Set etc. Und gerade aus dem Grund ist es eben was ganz Besonderes, das in seiner Sammlung zu haben. Aus dem anderen Grund ist das hier aber natürlich für die Vorschau interessant. Wir bekommen zum ersten Mal die Layer, also überhaupt eine Layer in diesen Magazinen. Und dann immer noch eine so tolle. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, da ja in einem Papierbeutel das Ganze zu bekommen. Ich bin mega erstaunt. Und ich freue mich riesig, ob das tatsächlich Realität werden könnte, dass wir da jetzt eine wirkliche echte Layer im Papierbeutel drin bekommen. Das wäre schon mal der absolute Wahnsinn. Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, ist, dass wir die Informationen über die Layer bereits seit drei Monaten haben. Und zwar habe ich vor zwei Monaten mal ein Video drüber gemacht. Nämlich hat mir der liebe Mr. X, ich weiß bis heute nicht, wer dahinter steckt, ein Päckchen zugesandt und zwar mit zweimal dem Mandalorian Warrior. Und in diesem Paket oder in diesem Päckchen war auch ein Papierrahmen drumherum. Und da in diesem Papierrahmen hat er ein Zitat geschrieben. Und dieses Zitat, das habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht bemerkt, war von Layer. Ja, und ich nehme einfach mal an, dass er damit tatsächlich teasern wollte, dass sich in dem nächsten Magazin, was eine Minifigur enthält, tatsächlich Layer drin befindet. Ich habe es einfach nicht realisiert. Also Mr. X, ich danke dir ganz herzlich. Ich habe auch seitdem nichts mehr von ihm gehört. Ich bin gespannt, ob jemals noch ein weiteres Päckchen von ihm ankommt. Ob da vielleicht sogar die Layer mit dabei ist oder irgendwas anderes. Oder ob das danach irgendwann weitergeht. Oder ob er hier ab jetzt dann einfach stillschweigend meine Videos mitverfolgt. Keine Ahnung. Aber ich freue mich auf jeden Fall über den Hinweis. Ich war völlig erstaunt, als ich das gemerkt habe, dass das wirklich seit drei Monaten oder dass es drei Monate vorher irgendwie dann doch schon zu wissen gescheint hat. Ansonsten schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Magazin in den Kommentaren. Was sagt ihr zum Extra? Was sagt ihr zum nächsten Extra? Was sagt ihr generell zu dem Preispunkt, zum Magazin, zu den Postern vielleicht auch? Freut ihr euch genauso wie ich auf das nächste Magazin? Und seid ihr genauso gehypt auf die Papierbeutel? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Abonniert auch gerne meinen Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und schaut euch auch gerne dieses Video an. Da habe ich nämlich das letzte Mystery Pack von Lego Star Wars vorgestellt. Da kommt demnächst auch noch ein weiteres. Freut euch da auf jeden Fall auch gerne drauf. Und ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.